hallo freunde und willkommen zu einer neuen folge ets 2 ihr seht ihr sind schon wieder im schwerlast immerhin unterwegs nicht im scania und was ich gerade sehe ist moment ich muss einmal den sound bisschen leiser weil ich gerade sehr laut war so ist besser glaube ich hoffe ich wir müssen hier raus ja wir sind wieder im schwerlast unterwegs nicht im scania immer endlich einfach bock auf einmal hin wieder immerhin einfach bestell ihr wisst bescheid die lift achse kann man noch hoch tun auf jeden fall sparen ein bisschen maut fast den ersten unfall gebaut wir fahren wieder schwerlast mit begleitfahrzeug eine kurze tour wir sind da oben letland estland unterwegs und schauen wir mal was es wird mehr so ein fetter grüner tank ich glaube hat man schon mal aber bei mir nicht sicher und glättern estland dlc da oben keine ahnung da war ich so selten unterwegs sage ich euch echt wie es ist da ist noch grün das bringt schon egal wir können vor dem reinziehen ja auf jeden fall schwerlast mal wieder ich hatte doch habe ich bock auf ets ist einfach so ja alle gestern haben wir einen notruf gezockt wie die großen und es bock einfach im moment das spiel wieder weil es einfach funktioniert im moment der dumm wie sich es anhört das ist einfach so was war denn mit dem los der ist doch losgefahren als der rot war ja heute mal wieder schwerlast mal schauen oh ne 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 das schaffen wir noch das war noch grün gelb boah wow ach so die muss eh anhalten äh wo müssen wir rein da müssen wir rein die ganzen tore hier seid gespannt eingabe aufträge und da ist es ein industrie kondensator mit 60 tonnen und abmaße die insights von gut und böse aber so ein ding sind wir schon mal gefahren das heißt wir sind ja nicht komplett ins kalte wasser geschmissen ist auf jeden fall ordentlicher bummer und ich würde sagen wir starten dann auch jetzt gleich rein wenn der kontrolleur der so böse guckt der von ups engagiert wurde können wir dann auch los liftachse muss natürlich noch runter die hängt natürlich noch oben mir gefällt unser schwerlast immerhin einfach besser wie das garnia ich sag's wie es ist weiß ich bescheid liftachse ist unten wir fahren los so let's go der hause fahren auch mal wieder tagsüber das gefällt mir relativ gut da bin ich auch relativ froh drüber dass wir mal wieder tagsüber fahren äh vorteil ist ja natürlich keine roten ampeln weil wir natürlich sondergenehmigungen schwerlast deluxe sind können die ganze kreuzung jetzt hier nutzen obwohl wir die ganze nutzen ist trotzdem knapp ähm ja wie weit haben wir es nicht so weit nah 111 kilometer nur das ist natürlich nicht so weit aber desto entspannter können wir jetzt hier fahren ist ja auch richtig so wir fahren auf jeden fall mal wieder normal also nicht nur schwerlast ich weiß gar werden glaube ich dds jetzt ewig lang gar nicht mehr gefahren und wenn dann immer nur schwerlast da wir sind zwischendurch ats viel gefahren aber dds gar nicht mehr auf jeden fall ordentlicher aus china aber hier durch die city kriegen wir den gut durch sind ja schon breite straßen ich privat bin jetzt aktuell in spanien unterwegs also ich bin jetzt in barcelona angekommen und habe richtig bock jetzt da bisschen tiefer nach spanien reinzufahren vielleicht dass wir da auch noch mal ein zwei touren zusammen fahren ich habe bin jetzt auch wenn ich auf 9 immerhin auf 2 21er umgestiegen hat er vorher den anderen den woher kennt den schwarzen mit toten kopf jetzt habe ich neun dass der 21 man sieger der schwarze und gelb weißen blitz drauf drei achse dieses mal mit lift achse bin ich ja überlegen ob ich das doch wieder rückgängig mache dass ich doch wieder ein zweieck habe oder eine lenk achse rein baue da bin ich noch überlegen wie es läuft aber das sehen wir ja dann wie es ist aktuell drei achse mit lift achse hätte aber gern doch eine lenk achse ja so schaut es aus na jetzt fahren wir da ganz gediegen und entspannt zu unserem zielort ich glaube autobahn ist gar nicht wir fahren hier nur landstraße meines wissens ich glaube wir fahren auch nicht alles so lang jetzt sicher hier die gegenfahrbahn ab sagen wir einen kreisverkehr es könnte kritisch werden je nachdem wie viel platz werden im kreisverkehr haben aber der sieht aus als wäre relativ akzeptabel ja der ist entspannt der kreisverkehr absolut entspannende lage hier wie weit haben wir es noch freunde noch 82 km das ist halt echt nicht viel entspannt der kurze tour passt auf jeden fall wisst ihr worauf ich mich gerade freue nach der aufnahme ist wieder schiffsfriedhof aufnahme zwei folgen da habe ich richtig bock drauf freuen aber mal den retarderei maschallah das war jetzt hätte schief gehen können das hätte richtig schief gehen können aber wir fahren erstmal schön durchs nächste dorf hier ist auch bestimmt mal spannend mit ohne schwerlast hier mal durch zu heißen der bleibt hier richtig vorbildlich oben stehen das ist ja mal richtig nett da gibt es direkt meine bedankeschöns lichtrufe dass der jetzt gewartet hat bis wir durch sind obwohl er easy weiter hätte fahren können wir sind gar nicht so breiten also wir passen noch gut auf die spur wir sind halt nur hoch gar dieses komische anfluss ding das hängt schon raus aber halt auf die andere seite und da ist es jetzt ja nicht so dramatisch da ist ja eigentlich immer grün hier oben wenn wir jetzt auf so einer extrem engen wo links und rechts direkt die leitplanke ist dann hätten wir schon eher ein problem aber hier ist es ja absolut kein problem hier kommen wir easy durch hier haben wir ja platz in alle richtungen der kreisverkehr können das jetzt wieder das leben kosten weil wir hier komplett einmal rumfahren müssen aber ich glaube dass es nicht so ist ich glaube dass wir da relativ easy durchkommen ja weil wir sind ja wie gesagt nicht breit wir sind halt einfach nur hoch hoch und schwer aber nicht breit wir fahren auf jeden fall mal wieder was breites irgendwann diese kiste oder so weil das bockt dann schon wobei weiß wisst ihr worauf ich auch mal bock hätte auf schwerlast ohne begleitfahrzeug also gibt es ja auch da hätte ich auch mal wieder bock drauf ich glaube das mache ich später privat heute abend ein zwei schwerlast touren ohne begleitfahrzeug im truckers mp der blockt hier wieder die gegenspur der kollege fährt einfach weiter langsam und gediegen aber ist ja auch okay und wir haben ja den platz fahr jetzt doch auf die autobahn die diesen züge ich dachte das ist die autobahn hopp fahr weiter fahr weiter was kann scheiß jetzt hier es läuft gar zu gut nochmal kreisverkehr gibt so viele kreisverkehre aber die sind alle richtig schön großzügig ok ich soll es einfach lassen irgendwas zu sagen das ist echt eine einfache Tour wir können ja mal ganz kurz schauen wir haben 60 Tonnen geladen und sind 12 x 5 x 4,7 Meter hoch also wie gesagt kaum überbreite und kaum überbreite klar 60 Tonnen und 12 Meter lang ist schon was und 5 Meter hoch aber es kommt das schwierige beim Schwerlast ist die Länge und die Breite würde ich jetzt mal behaupten die Höhe die ist halt da aber wenn die Strecke passt dann macht das ja auch kein Problem die Höhe weil die ist ja vorher gecheckt dass da keine Brücken oder irgendwas ist was da fehlen könnte natürlich kann schief gehen aber muss im besten Fall halt nicht aber die Breite und die Länge hast du halt immer dabei bei jeder Kurve und egal wie breit oder eng die Straße ist und das Gewicht ist ja eigentlich auch kein Problem vorausgesetzt das Suchfahrzeug kommt damit zurecht ich würde halt hier kein 60 PS Renault Twingo davor hängen aber mit einem 640 PS MAN oder 750 PS Volvo ist das natürlich kein Problem na so jetzt ziehen wir hier vorne eigentlich hat der eigentlich ein Zugmaul vorne ne das hat nur der Mercedes ein Schwerlast Mercedes könnten wir uns eigentlich auch mal kaufen wir haben jetzt ein Scania und ein MAN ich glaube als nächstes kommt ein Mercedes als Schwerlaster mit Mercedes fährt mal echt ich fahre selten Mercedes hier im Spiel aber gerne äh wirst du dumme Frage natürlich kann unser LK auf der Arbeit Mercedes aber ich fahre mit dem eher weniger und ja so abgesattelt ist wir sind angekommen 112 Kilo May das waren es insgesamt war eine entspannte Tour mal wieder also wie gesagt wenn ihr mehr sehen wollt sagt einfach Bescheid und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss